hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play hier mal wieder ein kleines kurzes update video und zwar zum thema waffen so die tribals haben jetzt die erste waffe reinbekommen und ihr seht es schon auf meinem rücken hier es ist der bogen so das ganze ist experimental deshalb bin ich jetzt hier auch auf dem testserver weil offiziell ist das ganze noch nicht drin so man kann den bogen rausholen moment und ihr seht schon man hat kein fadenkreuz das sieht alles noch ein bisschen merkwürdig aus ich kann auch nicht sprinten damit jetzt also ich denke mal das wird nachher so sein dass er beim sprinten den bogen dann in einer hand hält oder keine ahnung ihn automatisch wieder weg packt und ja wir testen das ganze jetzt hier mal durch würde ich sagen ja aber auch schön das erste opfer einen netten alu und ich bin mal gespannt wie viele feile der jetzt schlucken kann so ich denke mal es ist egal ob wir auf den kopf schießen oder auf den körper ich denke mal die hitbox wird da noch keine unterschiede machen so wir machen es jetzt einfach mal ich hoffe ich treffe ihn auch eins zwei drei vier fünf sechs sechs feile braucht der alu ich denke das ist alles noch kein richtwert das wird später noch angepasst aber es ist schon mal cool zu sehen wie das ganze nachher funktioniert und ihr seht hier auch schon noch was anderes ich muss mal eben schnell wegstecken hier die waffe so damit ich mich besser moment ich mich besser bewegen kann das werden die uniformen nachher denke ich mal sein so das letzte hier denke ich mal wird vollpanzer sein quasi ihr seht die unterschiede so hier ganz nackt dann hier schon mit höschen hier ein bisschen mit mit haube und naja vollpanzer hier sehen wir auch die ganzen waffen liegen der bogen hier so eine art schwerter und das hier finde ich am interessantesten und zwar ein pferd was auch eigentlich richtig gut aussieht finde ich und da die menschen ja nachher irgendwelche jeeps haben müssen die sich ja hier auch fortbewegen und das werden pferde sein also haben wir es hier mit indianern zu tun cool so hier ist dann auch so eine art tippe eine stroh hüttchen moment ich muss mich glaube ich duken damit ich da rein kann genau sehr geil und inwiefern man die nachher bauen kann und frei platzieren kann das wird sich zeigen aber ich finde es cool das wird dann auch so sein mit lagerfeuer dass man das fleisch vorher abbraten muss das wasser abkochen denke ich und ja man kriegt wirklich eine komplett neue community in die ganze geschichte rein dürfte auf jeden fall interessant werden so hier sehen wir dann noch mal die verschiedenen waffen in aktion ja es trotzt alles noch ein bisschen der physik aber kann man so machen wenn man bei wanted um die ecken schießen kann dann kann er das hier auch nein wie gesagt leute ist alles experimental aber das hier finde ich mega geil denn ich stehe so ein bisschen auf diese zwei schwerter dieses in den dino rein rennen so ein bisschen berserker machen mit diesen zwei fetten teilen da das sieht das sieht schon geil aus so und er was hat er für eine funktion hier ja könnte man jetzt missverstehen er entspannt sich gerade glaube ich einfach coole coole sache auf jeden fall das noch mal als info so und ich glaube da hinten irgendwo stand hier auch noch ein menschlein rum da hinten wir rennen da jetzt mal schnell hin und ich gucke mal ob ich den jetzt auch attackieren kann ist ein weiter weiter weg aber wir haben zeit es geht voran leute es geht voran es kann jetzt nicht mehr lange dauern bis die waffen dann offiziell auch drin sind und da überall menschlein rumlaufen die die dinos dann quasi attackieren können mit pfeil und bogen und mit schwertern inwiefern die schwerter nachher damage machen keine ahnung werden wir sehen aber sobald die schwerter spielbar sind werde ich das natürlich auch sofort für euch testen da steht er da steht er genau die modernen menschen ich sage jetzt einfach mal die modernen menschen die haben noch keine waffen sonst hätte ich das auch gleich noch mal getestet da ist er sieht aus bisschen wie counterstrike kann ich den jetzt ja 1 2 3 4 5 6 ach er stimmt einfach nicht ja human power god like 1 schusslöcher gibt es auch noch nicht aber das hier finde ich so ein bisschen cool wenn man so ein bisschen schneller macht hier bass solo bum 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 ohohohoha ok die physik der pfeile da sieht man den pfeil sogar fliegen das finde ich mega geil mal gucken was fliegt er wow juh 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 Skin aber es gibt schon mal eine pfeil flug physik ja ähm ich denke mal es wird näher so sein das una pfeile schießen dann auch aus der ego sicht sieht dass man dann wenigstens irgendwie n칫n Ukunt hat wo man hinschießen kann oder muss Oder ist es frei Schnauze? Ich weiß es nicht. Weil das ist dann recht schwierig. Gerade aus der Sicht jetzt hier ist es schwer, den Pfeil überhaupt irgendwie zu sehen. Aber gut. Da könnte man richtig so einen Tanz machen, ne? So einen Indianertanz hier. Irgendwas beschwören? Es ist cool. Es ist auf jeden Fall cool. Ich freue mich, dass es vorangeht. Und ich denke, dass das war es. Das sollte reichen für euch. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal. Das war ja mal den. Tschüss.